Und dass in Deutschland gerade nicht alles richtig läuft, ich glaube, das wissen viele. Und deshalb heute mal ein Grußwort der ein bisschen anderen Art, wo wir einfach auch eine ganz klare Kante zeigen wollen, hier von der Bühne, in Richtung von dem, was gerade läuft. Ich habe ein Zitat gewählt von Martin Niemöller. Und das Zitat an sich ist schon recht kräftig. Und ich habe das aber auf die Fastnacht ein bisschen umgeschrieben, dass es passt. Hört einfach mal zu. Als die Nazis die Mariechen holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Mariechen. Als sie die Bückenredner holten, habe ich geschwiegen. Denn ich war ja kein Bückenredner. Als sie die Tänzer holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Tänzer. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren könnte. Dieses Statement hier von der Bühne soll zeigen, es ist kein Platz für rechts in unserer Mitte. Wir sind Fastnachter, wir sind bunt, wir feiern, wir wollen alle hier in der Gesellschaft akzeptieren. Wir haben Spaß, wir wollen Freude bringen, wir wollen unser Brauchtum hochleben lassen. Und da brauchen wir keinen Ruck nach rechts. Das will unsere Botschaft sein. Und das tun wir heute Abend richtig feiern. Wir können friedlich feiern. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir machen. Wir lassen uns auch nicht den Mund verbeten. Und jetzt machen wir hier eine richtig geile Sitzung und zeigen, wie schön die Basta sein kann.